Ich liebe Diamanten. Oh, Mann, Freunde, habe ich schon gesagt, dass ich Diamanten liebe? Wisst ihr das? Warte mal, wo bin ich hier? Hä? Äh, was ist das hier vorne? Ein Moment mal, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin nicht bei mir zu Hause. Wo bin ich dann? Hä? Das sieht aus wie eine riesige Insel, oder nicht? Warte mal, ich bin mitten auf dem Ozean. Was? Ey, Mann, 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 was mache ich hier, Leute? Wer erlaubt sich einen Spaß mit mir? Freunde, habt ihr das gemacht? Oxyz im Lucky Leer, wo seid ihr? Ihr seid mittlerweile aufgestanden, wie ich sehe. Warte mal, was? Äh, ja, ich bin aufgestanden. Was willst du von mir? Ich bin der Game Master und ich habe euch hier ausgesetzt. Ihr seid auf einer einsamen Insel. Was? Auf einer einsamen Insel? Aber, warte mal, wer ist ihr? Ich bin hier doch alleine, oder nicht? Ich bin anonym. Ich werde dir nicht sagen, wer ich bin. Das Einzige, was du weißt, ist, dass ich mit euch spielen werde. Was? Spielen werde? Oh, nein, lasst mich sofort von dieser Insel. Wie komme ich nach Hause? Ach, ihr müsst den Enderdrachen besiegen. Aber das wird nicht so einfach. Denn auf der Insel lauern viele Gefahren auf euch, denen ihr nicht gewappnet seid. Was? Oh, Mann, lass mich sofort frei, komm schon Er antwortet nicht mehr, ey, was soll das? Oh, Mann, Freunde, das kann doch nicht wahr sein Ich bin hier auf einer einsamen Insel und hier ist absolut niemand Oh, Mann, was mache ich denn jetzt? Obwohl er meinte, hier sind doch andere Aber wen meinte er denn? Hm, Orksis im Lucky Lehr, seid ihr vielleicht hier? Oder spielt ihr mir einen Streich? Oder sind hier etwa irgendwelche Leute, die ich überhaupt nicht kenne? Das wäre ja noch viel gruseliger Äh, warte mal Äh, Leute, sehe ich das richtig? Wer ist das dort vorne? Und was ist das hier? Wow, okay, ich schaue mir das später an Äh, einen Moment mal, Lea, bist du das? Was schläfst du hier auf einem Dach? Oh, Mann, Axolotl, Amethysten Äh, Lea, wovon träumst du? Mann, steh auf, steh auf, steh auf Wir sind hier auf einer einsamen Insel Okay, wieso weckst du mich, Mann? Oh, Mann, ich gehe wieder schlau Oh, warte mal, was ist das denn hier? Ich sag doch, ich sag doch, wir sind hier irgendwo auf einer einsamen Insel Auf einer einsamen Insel? Wie sind wir hier denn bitte gelandet? Ey, hast du das etwa gerade nicht gehört? Dort vorne hat irgendein Typ mit uns geredet Hä, äh, warte mal Ich hab gedacht, es wäre ein Traum Ich hab nämlich auch etwas gehört Oh, Mann, also wir sind hier nur zu zweit auf einer einsamen Insel Freunde, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir können direkt aufgeben Ich hab keine Ahnung, wie wir hier von hier den Endertal besiegen sollen Oh, Mann, ein neuer Tag beginnt Und ich muss mal wieder zusehen, wie ich am Essen komme Ach, diese Insel ist echt langweilig Weißt du, das ist das Sam Lucky? Das ist Sam Lucky? Oh, boah, er hat ja einen Bogen, einen Schild und Rüstung Oh, Mann, ein bisschen Schild zu ihm Und, äh, aua, das kann wir Egal, komm, schau, schau, schau Sam Lucky Oh, oh, oh Oh, was machst du? Oh, nein, was macht er denn da? Ich weiß es nicht, Sam Lucky Wir sind hier, deine Freunde, Hucki und Lea Wow, wir sind voll gestörtlich aus Komm sofort da raus Komm da raus, Sam Lucky, was machst du da? Äh, das ist meine tägliche Routine Aber sag mal, wie seid ihr hier auf die Insel gekommen? Ich dachte, ich wäre ganz alleine Äh, was heißt tägliche Routine, Sam Lucky? Wie lange bist du denn schon hier auf dieser einsamen Insel? Das ist eine lange Geschichte Das wird zu lange dauern, um dir es jetzt zu erzählen Äh, warte mal, was heißt das? Sag jetzt ganz ehrlich, wie lange bist du schon auf dieser Insel? Seit genau, äh, 10 Minuten Was, seit 10 Minuten? Dein Ernst, Sam Lucky? 10 Minuten Äh, okay, und du hast schon Lederrüstung und ein, ein, ein Schild? Oh ja, ich habe sehr hart dafür gekämpft Ich habe viele Gegner besiegt Haha, Sam Lucky, kein Problem Äh, was, echt? Oh ja, ich habe da drüben eine Kiste gefunden Da war alles drin Was? Ach, Sam Lucky, dann veräppelt uns doch nicht Mann, wir müssen uns irgendwie anstrengen Wir müssen von dieser Insel entfliehen Die ist, glaube ich, richtig Ja, ich glaube, die ist richtig schlimm Der meinte irgendwie, dass hier ein dunkles Geheimnis ist Was sehr, sehr gefährlich für uns wird Oh wow, hast du es etwa auch gehört? Oh man, wer ist das? Nur wer spielt uns hier in diesem Streich? Ich weiß es nicht Aber Leute, ich habe eben was gesehen Nämlich genau das hier Das sind so komische Blöcke Mit einem Fragezeichen drauf Leute, was haltet ihr davon, wenn wir die öffnen? Die öffnen? Sag mal, bist du verrückt? Das könnte alles mögliche sein Oh stimmt, da könnte alles mögliche drin sein Egal, ich mache es einfach Oh zack Nein Warte mal Was ist das? Was ist das? Hallo? Wir haben Gesellschaft bekommen Kannst du mit uns reden? Leute, schaut euch das mal an Der verkauft uns einfach richtigen OP-Loot Den könnten wir bestimmt noch gebrauchen Aber jetzt haben wir niemals so viele Diamanten Das wird doch nichts Ich habe dort hinten noch einen Block gesehen Wer möchte ihn öffnen? Guck mal, minkt mein Glückversuchen Und zack Was? Hast du das gesehen? Was ist das? Das sind Ender-Portal-Rahmen Leute, das heißt, wir können ein Ender-Portal bauen Wir sind einen Schritt näher Ja, wir sind einen Schritt näher Aber das Einzige, was wir bauen, sind noch Ender-Portal-Augen Hm, wie wäre es, wenn wir die ganze Insel nach diesen komischen Blöcken absuchen? Na, hinterher Ja, und hier vorne ist genau noch einer Samlaki, du bist jetzt dran Okay, du öffnest den jetzt Komm schon, öffnen, Samlaki Ah, der ist richtig stark Leute, Leute, Leute Ich glaube, diese Insel ist echt verflucht Wir müssen aufpassen Oh, ist das Kaninchen weg? Ach, alles gut Ich habe das Killer-Kaninchen schon ins Wasser geworfen Oh, ja, Lea, das hast du gemacht Oh, Mann, das arme Kaninchen Naja, das hat mich einfach fast auf ein HP geschlagen Oh, Mann, egal Wir müssen hier irgendwie von der Insel wegkommen Äh, Lea Hä? Äh, was ist denn los? Äh, ah, schau mal hinter dir Was ist das? Hinter dir ist jemand ganz, ganz Böses, glaube ich Er hat eine ganz, ganz schlimme Maske an Äh, hinter mir jemand mit einer schlimmen Maske? Wer ist das, Ugri? Äh, lass uns abhauen, lass uns abhauen Oh, Mann, schnell hier hinter, schnell hinter Versteck dich hier, versteck dich hier Oh, Mann, denkst du, der hat uns gesehen, Lea? Oh, nein, oh, nein, oh, nein Warte mal, was? Ist der dort vorne? Ich sehe ihn nicht mehr Er ist weg Was machst du denn da? Äh, warte, was? Er ist weg? Das glaube ich Ja, er ist weg Ey, Simlaki, 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 Simlaki Du weißt gar nicht, was wir gerade gesehen haben Einen ganz, ganz schlimmen Typen Der sah richtig gruselig aus Hä, schau mal, ich hab ein Brot Willst du auch ein Brot? Äh, oh, ja, danke, danke Aber, Simlaki, hör mir zu Da war ein ganz, ganz schlimmer Das sah wirklich nicht aus wie ein Mensch Das sah aus wie ein richtig gruseliges Monster Was heißt du, Uri? Genau, es war super, super gruselig Und es hat uns angeschaut Äh, wir sind ja allein auf der Insel Ich glaube euch kein Wort Äh, doch, doch, Simlaki, wir lügen nicht, wir lügen nicht Warum sollten wir lügen? Aber wartet mal dort oben Dort oben ist ein, ein pinker Block Vielleicht gibt er uns was richtig Gutes Lass uns den öffnen, gemeinsam Äh, ein pinker Block? Natürlich gibt er uns Glück, weil er pink ist Oh, denkst du wirklich, Lea? Okay, lass uns dort hingehen Aua, Simlaki Schau mal, hier oben ist der mysteriöse Block Oh, ja, der ist irgendwie anders als die anderen Der ist nicht gelb, der ist pink Okay, ich würde sagen, Lea, willst du ihn öffnen? Weil du bist ja auch pink Oh, ja, du hast recht Und da sind so Herzchen drauf Okay, ich öffne es direkt auf Drei Okay Zwei Und Eins Warte mal, was ist da rausgekommen? Was hast du bekommen? Was, ein Schwert? Oh, das ist perfekt, weißt du was? Wenn irgendwann dieser böse Typ wiederkommt Dann werden wir ihn besiegen, okay? Oh, ja, du hast recht Und es ist sogar verzaubert Weißt du was? Wir sollten noch mehr dieser Block öffnen Damit wir noch mehr Schwert haben Stimmt, stimmt, stimmt Ey, Leute, ich will auch ein verzaubertes Schwert Ey, wenn er so ein blauer Lucky Block kommt Dann gehört der auf jeden Fall mir Und zack Okay Und wenn er in Roter kommt Dann gehört der mir Okay, alles klar Und schaut mal hier vor Das sind direkt zwei Lass uns die öffnen Das sind diese ganz normalen Oh, nein, Leute Ich wurde gefangen genommen Ihr müsst mich retten Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich bitte nicht Komm raus Oh, oh, oh Oh, man, ihr habt mein Leben gerettet Das war echt knapp Was war das denn? Oh, seht ihr das? Ich glaube, die geben uns nicht nur Glück Die geben uns auch ganz fiese Sachen Oh, nein Ganz fiese Sachen? Oh, nein, oh, nein, oh, nein Dann können wir uns ja nicht sicher sein Was da rauskommt Ja, ganz genau Stellt euch vor, da kommt auch was ganz, ganz Schlimmes raus Zum Glück hatte ich gerade Glück Und ich hatte meine Freunde dabei Die mich gerettet haben Stellt euch vor Da kommt ganz viel Pupsi raus Äh, Pupsi aus so einem Block Oh, Mann, Freunde Vielleicht kommt da wirklich Pupsi raus Schaut mal Ich hab hier vorne noch einen Block Und zack Diamante Wow Diamante Warte, weil Hühner? Äh Oh, nein, nein Hä, warum nur Diamanten? Weil wir jetzt da mit uns beim Villager was kaufen können Wisst ihr doch den Villager von ganz am Anfang, Freunde? Genau dort werden wir uns jetzt was kaufen Let's go, Freunde Äh, Mr. Villager Was machst du da ganz an der Ecke? Komm schon, wir müssen mit ihm was tauschen Und Oh, äh Einen Moment mal Ich könnte vielleicht eine Eine Angel kaufen, Freunde Für fünf Diamanten Besseres gibt es dort leider nicht Da haben wir nie wieder Hunger Wir können ganz viele Fische fangen Stimmt, 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 Leute Das ist ja richtig gut Wir können damit ganz, ganz viel Fischen gehen Und die Angel ist sogar verzaubert Sehr Glück des Meeres Hier ist noch ein Lack im Lack Was das bedeutet? Wir können noch mehr Schätze fangen Okay, und lasst uns direkt diesen Lucky Block öffnen Warte mal, was? Ich habe eine Münze bekommen Leute, ich glaube, ich kann die in den Brunnen werfen, oder nicht? Ich mache das mal und Okay, nein, nein, nein Das ist jetzt noch mein Fischen Leute, noch mehr Diamanten Äh, nee, warte mal Smaragde Und Lapp ist, Lapp ist und Gold Wow Perfekt, perfekt, perfekt Oh Mann, das ist sehr gut Leute, passt auf, dass der nicht runterfällt Ich glaube, der Ozean ist richtig, richtig tief Und der Ozean hat auch ganz, ganz große Wellen Also wenn wir dort reinfallen Ich glaube, das werden wir nicht überleben Also wir müssen aufpassen, okay? Nein, nein, nein Das werden wir ganz sicher nicht überleben Ich gebe dir jetzt alle meine Sachen Leute, wartet mal Wartet mal, bevor ihr mir eure Sachen gebt Oh, so viele Diamantfass Ich kriege mich hier Wow, ne? Wow Leute, aber einen Moment mal Seht ihr das dort oben? Ähm Äh, ich glaube, das ist kein normaler Lucky Block Der, der sieht ganz anders aus Leute, was mir auffällt Der sieht einfach ein bisschen so aus Wie dieser eine Typ Dieser gruselige Typ, der hinter uns stand Oh Mann, ich habe echt Angst vor diesem Typen Denkt ihr, der kommt gleich wieder, Freunde? Schaut das Video bis zum Schluss Dann werdet ihr es erfahren Ich hoffe nicht Okay, und jetzt im Lucky und Leer Werden wir diesen Lucky Block öffnen Aber warte, bevor du ihn öffnest Ich habe eine super, super gute Idee Also die Leute müssen jetzt Ein Like und ein Abo dalassen Damit wir Glück haben Äh, warte mal Das funktioniert wirklich? Freunde, habt ihr gehört? Ja, ja, ja Äh, Leute Lasst jetzt mal alle ein Like da Und ein Abo Falls ihr es noch nicht getan habt Und vielleicht haben wir dann Mega, mega viel Glück Kommt schon In 3, 2, 1 Und Freunde, es müsste jetzt funktionieren Wenn ihr alle ein Like da gelassen habt Und ein Abo Und kommt schon Äh, ist das euer Ernst, Freunde? Ihr habt kein Like da gelassen Und kein Abo Man, schade Da sind nur Kugelfische rausgekommen Naja, besser als nichts Und ich sehe gerade Dort vorne ist noch ein Strange Lucky Block Und komm schon Wir öffnen ihn direkt, Freunde Es kommt bestimmt was ganz, ganz Gutes raus Und zack Wer will ihn öffnen, Leute? Hm, ich öffne ihn diesmal Ich habe doch fast keinen geöffnet Oh Oh ja, wir sind ready Oh ja, wir sind ready Wir wünschen dir das für Glück, oh 1, 2, 1 Und zack Erstmal einen Tintenfisch da drauf tun Weil der gibt immer ganz viel Glück Das ist kein Tintenfisch, Simlucky Hä, was redest du? Das ist eine Sardelle Und 1, 2 und 3 Was? Oh, du hast es sogar wirklich gelöhnt? Das ist eine Lucky Axt Leute, ich würde sagen Wir machen uns jetzt ganz, ganz viel Holz nu Das ist perfekt Schaut mal, wir bauen jetzt einen Baum hier ab Oh ja, du hast es Oh, schau mal, wie schön das geht Ich hatte richtig Glück Und schaut mal, kommt mal, kommt mal Guck mal, was genau hinter euch ist Da ist wieder ein leer Lucky Block Warte mal, ein leer Lucky Block? Oh man, du meinst ein pinker Lucky Block Lass uns den öffnen Ich öffne ihn und Ah, ich habe nie Glück, Freunde Ich habe nur Glück, Rett, 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 Rett Oh nein Oh Mann, Freunde Warum habe ich niemals Glück? Oh, okay, warte Müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Äh, sieht ganz so aus Alarmschuh verrot Okay, ich hole meinen Bogen raus Oh nein, oh nein, oh nein Ja, hol deinen Bogen raus Und ich habe überhaupt keine Waffe Außer meine Axt Oh Mann, kommt schon, Leute Ich muss Ah, oh nein, ich muss nicht kämpfen Leute, ich habe einen Herd Ich muss abhauen, ich muss abhauen Oh nein, oh nein, oh nein Hat wer Essen für mich? Ja, keine Sorge Ich habe ganz viel Brot Ich gebe es dir gleich Ich muss erst mal damit zurechtkommen Und die ganzen Blazes Okay, und ich würde sagen Ich angle so lange Und kommt schon etwas Gutes Und bitte, bitte, bitte Und Leute, kommt schon Da ist was an der Schnur Ich habe einen Fisch geangelt Den muss ich direkt braten, Freunde Ein Moment mal Leute Bei mir ist was richtig cooles Äh, ich glaube Das glaubt ihr mir niemals Oh Mann Der sieht ganz Anders aus Vielleicht könnte der uns helfen Und gibt uns Ende Augen Womit wir das Ende Portal öffnen können Kommt schon, Freunde Und zack Ah, okay Das war gar nicht gut Freunde, nein, 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 nein Weg hier, weg hier, weg hier Oh nein, oh nein, oh nein Okay Was ist passiert, du Krieg? Äh, ich weiß es nicht Geht einfach nicht in das Haus Und vorne Alles gut Und zack, der nächste Okay Loot einfach Ah, oh nein Was war das denn? Äh, Leute Was ist das? Oh Mann Ich habe irgendwas bekommen Abbaulemo oder sowas Oh, äh, Leute Ich kann nichts mehr abbauen Für die nächsten vier Minuten Äh, was machen wir jetzt? Äh, ich weiß es nicht Wir dürfen hier nicht in der Nähe sein Leute, schnell hier weg Ich würde sagen Wir öffnen einfach den nächsten Lucky Block Oh, das geht ja gar nicht Wir haben ja irgendeine Lähmung Oder sowas bekommen Hm, also ich habe nicht Diese komische Lähmung bekommen Okay, perfekt Bau ihn ab Okay, bestimmt habe ich Glück Und zack, zack, zack Und äh Wow, Schweine, ey Du hattest sogar wirklich Glück Den Schweine könnten wir gebrauchen Um Essen zu farmen Let's go Leute, wir haben eine Angel Wir haben ein Lagerfeuer Und ist doch gar nicht mal so schlecht Zu dritt auf der Insel Oder nicht? Hm, irgendwie hast du schon recht Aber dieser gruselige Typ Macht mir ganze Zeit Angst Äh, warte mal Was? Gruseliger Typ? Oh Mann, ich weiß, wen du meinst Leute, kann ich auch was essen? Oh, ich habe das bekommen Oh, let's go Endlich kriege ich Essen Konka, Konka, Konka Äh, Simlaki Wir müssen so handeln Wir müssen so handeln Wie die Menschen Im Steinzeitalter Genau Konka, Konka, Konka Äh, Simlaki Was machst du da? Oh, und Leute Wisst ihr, was mir auffällt? Es wird schon dunkel Das heißt, ganz, ganz viele Monster Werden spawnen in der Nacht Und wir haben überhaupt keine Ausrüstung Das ist gar nicht gut Oh, ich habe keine Angst vor Monstern Ich gehe jetzt in eine Höhle Und mache mir Ausrüstung Äh, warte mal Was? Okay, aber pass auf dich auf, Simlaki Denn ich und Lea bleiben hier Und dann bist du ganz alleine Sagst du denn da? Nein, ich gehe natürlich mit meinen Äh, warte mal Was? Mit in die Höhle? Oh, nein Aber Leute Ich bin hier ganz alleine Darf ich nicht mit Du musst aufpassen Bleib dran Oh, warte mal Ich muss aufpassen Okay, na gut Aber es wird doch schon dunkel Ich habe ein bisschen Angst, Leute Um ehrlich zu sein Äh, warte mal Ich habe hier noch ganz viele Diamanten Wie wäre es, wenn ich mir Diamantenrüstung mache Und ein Diamantenschwert Denn Diamantensachen sind einfach die besten Let's go, Freunde So, so, so Zack, zack, zack Perfekt Oh, Mann Wenn die wüssten Die gehen jetzt eisgrant in eine Höhle Und ich mache mir schon Diamantenrüstung Naja, das haben die davon Wenn die einfach ohne mir in eine Höhle gehen Oh, ja Ich bin jetzt richtig ausgerüstet Schreibt mal in die Kommentare Mögt ihr auch Diamanten Und Diamantenrüstung? Wie cool ist die bitte sehr? Wenn ihr Diamanten auch so cool findet wie ich Dann schreibt mal jetzt in die Kommentare Hashtag Diamanten Und wenn ihr Diamanten nicht so cool findet Dann schreibt mal das Erz in die Kommentare Welches ihr am coolsten findet Kommt schon, Freunde Ich will ganz viele Diamanten in den Kommentaren sehen Okay, und jetzt würde ich sagen Muss ich hier einfach wach halten Und aufpassen Dass niemand Oh, Freunde Seht ihr das? Oh, oh, oh Ist das schon wieder der Typ von eben? Oh, nein Ich muss aufpassen Ich hoffe, der hat mich nicht gesehen Oh, nein Oh, was? Oh, hört ihr das, Freunde? Oh, nein Oh, ich muss aufpassen Ich muss aufpassen Okay, schnell hier hinter Schnell hier hinter Oh, Mann Simlaki leer Hört ihr mich? Seid ihr irgendwo? Oh, nein Die sind weg Die sind weg Was mache ich jetzt? Oh, Mann, Leute Ich muss wirklich aufpassen Oh, nein Weg hier, weg hier, weg hier Oh, 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 nein Oh, Freunde Da vorne ist der Typ Oh, nein Oh, warte mal Er ist weg Wo ist denn jetzt? Oh, ja, Freunde Ich glaube, der hat sogar Angst vor mir Denn ich habe jetzt eine richtig coole Diamantenrüstung Und er traut sich, sich gegen mich hier zu kämpfen Bestimmt, Freunde Oh, nein Oh, weg hier, weg hier, weg hier, Freunde Was geht ab? Was geht ab? Lass mich in Ruhe, Leute Lea, sie blacken Hinter mir ist ein Killer Oh, nein Was machst du hier auf der Insel? Lass mich in Ruhe Oh, ich glaube, der ist bestimmt schon tausend Jahre auf der Insel Deswegen ist der so durchgedreht Wer ist das, bitte sehr Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, oh, Freunde Ich muss Simlaki und Lea finden Wo seid ihr? Wo seid ihr? Und es fängt an zu gewittern Oh, nein Was machen wir jetzt? Oh, Mann Ich habe so Angst, Leute Ich muss meine Freunde finden Ich verstecke mich einfach oder sowas Okay, was machst du? Oh, der Killer Ich dachte schon Oh, Mann Du hast mich so erschrocken, Lea Ich erschrocken Oh, tut mir leid Das war nicht meine Absicht Aber was genau machst du hier? Äh, ich Ich bin abgehauen von diesem Keller Von einem Killer? Äh, meinst du diesen großen Typen von vorhin? Ja, ich weiß nicht, was das ist Aber auf jeden Fall Wo ist Simlaki? Simlaki? Ähm, das weiß ich nicht Ich habe ihn aus den Augen verloren Ach, echt? Oh, nein Der arme Simlaki, Freunde Wo ist er? Nicht, dass der Keller ihn entführt hat Oder sowas Äh, Lea? Oh, nein Nein, hinter dir Pass auf, pass auf, pass auf Der Killer ist da Renn weg, renn weg Oh, nein, oh, nein Oh, nein, oh, nein Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Voll, voll, voll Er verfolgt uns Er verfolgt uns Er ist schnell weg Schnell weg, schnell weg Oh, warte mal Er ist weg, er ist weg Zum Glück Oh, nein, oh, nein, oh, nein Weg, 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 weg Oh, nein, oh, nein Wir müssen weg hier Wir müssen weg hier, Lea Wir haben keine Chance Oh, nein, oh, nein, oh, nein Schnell zum Wasser, schnell zum Wasser Warte mal, was machen wir jetzt? Oh, oh, Lea? Ok, ich glaube, das ist unser Ende Ich glaube, ich glaube, das war es mit uns Oh, oh, nein Oh, nein, oh, nein Oh, nein, Lea, bist du hier, bist du hier? Hilfe, Hilfe, Hilfe Oh, Mann, zieh mich hier raus Ich kann nicht so gut schwimmen Oh, nein, oh, nein Warte, ich habe eine gute Idee Ich muss uns ein Boot machen Ich muss uns ein Boot machen Schnell, schnell, schnell Ok, und Komm schon, komm schon, komm schon Und zack Lea, komm hier, schnell hoch Und zack Rein da, rein da, rein da Oh, Mann, pass auf Ein Boot Sehr gute Idee Schnell weg hier Schnell weg hier Oh, Mann, der Killer ist dort irgendwo auf der Insel Und der verfolgt uns schon die ganze Zeit Wir müssen hier einfach weg und irgendwo abhauen Oh, warte mal, siehst du das? Dort vorne Ein, ein Schiff Denkst du, wir können dort drauf? Oh, schau mal Da können wir uns bestimmt direkt verstecken Oh, ja, das könnte sein, das könnte sein Aber wie kommen wir dort hoch? Oh, Mann, wir müssen aufpassen Wegen diesen riesigen Wellenfreunden Wow Oh, Mann, lass uns aufpassen Oh, pass los auf Oh, ja, ich passe auf, ich passe auf Warte mal Siehst du das? Dort vorne ist, glaube ich, eine Leiter Wir schaffen das, wir schaffen das Komm schon Und absteigen, absteigen Ach, schau mal Oh, Mann, äh, warte mal Wir haben Simlaki alleine auf der Insel gelassen Was machen wir jetzt leer? Oh, ja, du hast recht Aber daran können wir nicht viel ändern Lass uns jetzt sofort verstecken, okay? Verstecken? Aber ich will doch keine Angst Äh, warte mal Was, Simlaki? Was machst du denn dort vorne? Äh, ihr seid hier auch? Ähm, naja Ich hab mir gedacht Warum soll ich nicht einfach mal hier vorbeischauen? Ich hab ein großes Schiff gesehen Hier sind bestimmt Schätze irgendwo Simlaki, du hast mich in der Höhle ganz alleine gelassen Äh, ja Hä, dein Ernst, Simlaki? Wie kannst du nur... Oh, Mann, du weißt gar nicht, was auf der Insel passiert ist Dort können wir auf jeden Fall nicht mehr zurück Äh, wieso denn nicht? Ich hab dort all meine Diamanten gelagert Die ich in der Höhle gefunden hab Oh, nein, egal Lass uns das vergessen Lass uns hier einfach auf dem Boot bleiben Und damit irgendwie nach Hause schwimmen Ach, aber ganz vergessen Ich hab nur Eisenrüstung für dich Damit du nicht beleidigt bist Und zack, zack, zack Oh, okay, das ist lieb von dir, Simlaki Aber ihr habt recht, ihr habt recht Lass uns mal auf diesem Piratenschiff nach Schätzen oder sowas suchen Ein riesen Piratenschiff, aber niemand ist hier, Freunde Wie komisch Oh, okay Und hier vorne ist wahrscheinlich... Warte mal, ein Bett? Leute, wir können hier drin schlafen Aber leider nur einer von uns Okay, schau mal die Kiste rein Äh, warte mal, eine Kiste? Stimmt Leute Du hast das Ganze übersehen, Simlaki So sind zwölf Ender-Augen Warte mal Nein, genau deswegen meine ich ja zwölf Ender-Augen Das ist sehr gut Damit können wir ein Ender-Portal bauen Dann können wir endlich den Ender-Drachen besiegen Oh ja, lass uns das direkt machen, kommt schon leer Okay, Leute Und das letzte Ender-Auge Perfekt Das Ender hat sich geöffnet Sollen wir dort wirklich schon rein? Natürlich werden wir Wir werden es schaffen Oder hast du etwa Angst? Nein, ich habe doch keine Angst, Leute Das Einzige, was ich brauche, ist ein Bogen, Simlaki Hast du noch einen für mich? Äh, ja, natürlich Und hier Oh ja, das müsste passen, Leute Jetzt werden wir den Ender-Drachen besiegen Okay, kommt schon In drei, zwei, eins und zack Wow Äh, wow Wo sind wir hier? Oh Mann, das wird jetzt so spannend, Freunde Kommt schon, das schaffen wir Okay, und let's go Hoch da, hoch da, hoch da Als erstes wisst ihr ganz genau, was wir besiegen müssen Nämlich nicht den Ender-Dach Sondern diese Cubes hier vorne Und zack Oh, ich habe mich getroffen Und zack Das sind so komische Würfel, die explodieren Ha, oh nein, es schießt auf mich der Ender-Drache Warte mal Hier sind Lucky-Blöcke, Leute Äh, warte mal Noch mehr Lucky-Blöcke Aber dort war nur Schmutz drin Oh Mann, egal Weiter geht's Dort hinten ist doch ein Lucky-Block Vielleicht kriegen wir was richtig Gutes raus Und zack, wir öffnen es Was ist das denn, Freunde Oh Mann Oh, Leute, hier wohin ist eine Truhe Oh, sehr gut Aber ich brauche das alles nicht Mal schauen, was dort oben ist Und Da ist noch eine Truhe Eine Armbrust Perfekt Und Pfeile Damit können wir auf jeden Fall ein Ender-Drachen besiegen Das ist sehr gut, Freunde Okay, kommt schon Ich werde jetzt diese ganzen Würfel hier wegschießen Leute, helft ihr mir auch? Ich habe schon voll viele Zerstört Oh, ich glaube schon 10 Stück oder 20 Stück Und zack, der Nächste Warte mal Ihr habt wirklich schon so viele zerstört Oh, da hinten ist noch einer Den müssen wir nur zerstören Und dann können wir den Ender-Drachen attackieren, Freunde Oh Mann, du wirst schon sehen Aber wie kommen wir da rein? Wie wir da reinkommen? Schau selber Ich werde jetzt diesen Würfel dort abschießen Äh, mit dem Bogen Nein, pass mal auf So macht das der Profi Und Supersprung Ah Dein Ernst im Lucky Oh Mann, der Lucky Was hast du gemacht? Du dachtest doch nicht wirklich, dass du so weit springen kannst Na gut, egal Ich schaffe das Und zack Oh Mann, nicht getroffen Aber beim zweiten Mal Und zack Und Kommt schon, Freunde Rein da Ich habe getroffen Und jetzt, Ender-Drache Bist du dran Oh nein, pass auf Ender-Drachen Oh ja, wir werden dich kriegen, Ender-Drache Und einmal getroffen Zweimal getroffen Oh, kommt schon, Freunde Oh, er fliegt weg Er fliegt weg Er hat Angst bekommen Okay, okay Schau mal Da vorne ist noch ein Cube übrig Und da hinten noch einer Oh nein, den haben wir ganz vergessen Dann stellen wir uns hoch, Leute Und Zack Zerstören wir ihn Perfekt, Leute Nur noch eine, oder? Äh, nein, Uckre Ich glaube, das waren schon alle Schau mal Jetzt können wir ein Ender-Drache Ja, kommt schon her Jetzt kriegen wir nichts Oh nein, er kommt auf mich Oh, ich muss aufpassen Ich muss aufpassen Stell hier runter Stell hier runter Oh, perfekt Zack Okay, Ender-Drache Du wirst mich nicht kriegen Zack Und zack Leute, wir schaffen das Und dann entkommen wir diesem bösen Game Master Ja, das werden wir Game Master Hörst du uns? Ihr werdet es niemals schaffen Warte mal, er hört uns wirklich Er beobachtet uns wahrscheinlich die ganze Zeit Weißt du was? Wir schaffen das Du siehst es selber Wir sind die Besten Komm schon her in der Sache Und zack Aua Das hat weh, das hat weh Oh, oh, Mann Er hat mich wirklich richtig weit weggeschaut, Leute Egal, wir kriegen ihn Und zack, drauf da Zack, drauf und Oh, perfekt Warte mal, Lea Was hast du denn für einen Bogen? Den habe ich aus einem der pinken Lucky Blocks bekommen Und zack, zack, zack Äh, warte mal, was? Gib mir meinen Bogen Oh, okay Hier, bitteschön Oh, danke, Lea Okay, Leute Ein Lucky Bogen Mal schauen, was das ist Und Wow Äh, Lava Okay, Freunde Ein nächstes Mal Und zack, drauf da Ah, wir kriegen dich Wir kriegen dich TNT Explosion Du hast TNT geschossen Hast du es gesehen? Ja, ich habe TNT geschossen Wow, wie cool Und was war das? Spinnnetze? Und Korpsho, Korpsho, Korpsho Wir kriegen dich in der Drache Und jetzt TNT Attacke Wow Was ist das denn? Leute, wir schaffen das Wir müssen einfach nur alle drei zusammenhalten Und zünd das TNT Zum Lucky Oh ja, ganz genau Ganz wie TNT Explosion Let's go Wow Ich habe einen Creeper geschossen Oh Mann, wie ging das denn? Komm her Ah, drauf da Und wow Er hat nur noch ganz, ganz wenig Kleben Wir schaffen das zum Lucky Und leer Okay, die letzten Schüsse Okay, das musst du schaffen Treff den letzten Schuss Hä, was ist das denn? Ja, irgendwie treffe ich ja nicht Und komm schon her, Mann Sehr gut Er hat nur noch ganz wenig Herzen Komm schon, das schaffen wir Und zack, drauf da Mit meinem Lucky Ich habe eine Verschiebistole Nur noch einen Schuss Komm schon, Ucri Und zack, drauf da Leute, ich habe es geschafft Let's go, Ucri Hä, was ist denn das? Weg damit Oh, oh, oh Leute Ich glaube, der Game Master Wird jetzt richtig sauer Was? Ihr habt es geschafft Das habe ich nicht erwartet Ich werde euch jetzt verfluchen Warte, was verfluchen? Das wirst du nicht schaffen Denn wir gehen jetzt In das Portal nach Hause Nein, 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 nein Oh, doch Ich würde sagen, wir umarmen uns jetzt alle Am Ende, okay, Freunde Weil wir es geschafft haben Und zack, kommt schon Ja, und zack, Freundschaftsknudeln Okay, Freunde Falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt Dann lasst jetzt einen Like da auf dem Video Abonniert den Kanal Und aktiviert die Glocke Um keine weiteren Videos mehr zu verpassen Schaut bei meinen Freunden vorbei Simlaki und Lea Und jetzt drückt schnell auf die nächste Folge Denn wir werden jetzt in das Portal hüpfen Und dann wird eine nächste Folge anfangen Also drückt schnell drauf Genau jetzt, Freunde Und drückt schnell drauf Und Na los, na los, na los Drei, drei, Freunde Wow Next Und Dann lasst